Die sogenannte Zweite Wiener Schule bleibt präsent in diesem Programm und gleich mit einem ihrer größten Meisterwerke. Alban Bergs Violinkonzert, ein Meilenstein der Musikgeschichte, nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern ich wage zu behaupten, eigentlich für alle Zeiten. Das ist insofern verwunderlich, weil es sich dabei um ein explizites Beispiel der Zwölftontechnik oder der Zwölftonmusik handelt. Denn dieses Violinkonzert ist das letzte Werk von Alban Berg und es fasst zusammen all das, was er im Laufe seines Lebens nicht nur gelernt hatte, sondern was er sich selbst auch erarbeitet und angeeignet hatte. Die Zwölftontechnik von Arnold Schönberg, zunächst ein ziemlich theoretisches Konstrukt, eine Neuorganisation des Tonmaterials der Oktave in zwölf Halbtöne, die nach strengen Regeln kombiniert werden dürfen. Hat Alban Berg und Anton Webern fasziniert, nicht nur diese beiden, sondern im Grunde alle Nachfolgen, in der Schönberg-Nachfolge stehenden Komponisten des 20. und auch des 21. Jahrhunderts. Später wurde diese Neuorganisation der Töne, also der Tonhöhen, auch auf andere musikalische Parameter wie den Rhythmus, die Dauer von ganz bestimmten Phrasen oder auch die Tempi ausgeweitet. Die große Kunst besteht darin, und man kann wirklich sagen, dass beileibe nicht alle Komponisten, die dieser Tradition gefolgt sind oder dieser neuen Aufgabe gefolgt sind, inklusive Arnold Schönberg selber, dabei immer erfolgreich gewesen sind. Die große Kunst besteht darin, aus diesem Konstrukt sinnliche Musik zu machen und eine Musik zu komponieren, die eine Brücke baut, auch zu den Hörern, die sich mit dieser Theorie weder auskennen noch beschäftigen wollen. Und es ist Alban Berg sensationell, faszinierend gelungen, gerade im Violinkonzert diese Brücke zu bauen und diesen Zusammenhang herzustellen. Das Violinkonzert ist auch ein programmatisches Werk, es ist Programmmusik, es ist ein Requiem. Es ist auf den Tod der fast 19-jährigen Manon Gropius komponiert. Diese Tochter von Alma Mahler-Werfel und dem Architekten Walter Gropius, eine Figur der Wiener Kunstszene des frühen 20. Jahrhunderts wie kaum eine andere, obwohl sie so jung war, als sie an Kinderlähmung verstarb, nämlich im Alter von 19 Jahren, wie gesagt, hat die Menschen um sie herum, sowohl die Familienmitglieder als auch die ihr etwas ferner stehenden Künstler und deren wiederum Hof und Begleitung, die um den Kreis von Alma Mahler-Werfel hineingespielt haben, fasziniert. Faszinierend vor allem daran ist, inwieweit Alban Berg einen persönlichen Bezug herstellen kann zu dieser Figur und wie weit er sich auch selber identifizieren kann mit ihrem Schicksal, mit ihrem Tod. Das hat den Hintergrund, dass er selber im Alter von 18 Jahren einmal Vater geworden ist, ohne sich jemals zu diesem Kind wirklich verhalten zu dürfen. Er hat nur anerkannt, dass er mit der Dienstmarke der Bergs damals ein Verhältnis hatte. Er hat, ich glaube, seine Tochter Albine übrigens genannt, niemals kennengelernt. Und insofern hat er ein ewiges Schuldgefühl durch sein Leben getragen, selbst ein Kind verloren zu haben und konnte sich sehr gut einfühlen in die auch von ihm bewunderte Mannung Gropius und deren Schicksal und deren frühen Tod. Er hat eine Zwölftonreihe diesem Werk zugrunde gelegt. Es ist übrigens nur zweisätzig, wobei jeder der Sätze genau noch einmal zweigeteilt ist, sodass wir im Grunde vier Teile vorfinden. Und er hat eine Zwölftonreihe zugrunde gelegt, die auf eine denkbar einfache und zugleich faszinierend vielfältige Art und Weise gebaut ist. Und die zugleich auch allen Regeln, die Arnold Schönberg aufgestellt hat, im Grunde krass widerspricht. Das Violinkonzert beginnt mit den vier leeren Seiten, die auf der Geige gestrichen werden. Man glaubt zunächst, der Solist muss sein Instrument noch stimmen oder so. Also es ist wirklich tatsächlich die Inkarnation der Reinheit, nur leere Quinten an den Anfang eines Zwölftonwerkes aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, komponiertes Art 35, zu stellen. Und er füllt diese leeren Quinten mit genau dazwischenliegenden Terzen. Das heißt, es entstehen Dreiklänge. Ein Moll-Dreiklang, ein Dur-Dreiklang, noch ein Moll-Dreiklang und noch ein Dur-Dreiklang. Damit sind die ersten acht Töne von zwölf verbraucht. Und es ist ein rein harmonisches, quasi tonales Grundgerüst entstanden, was Alban Berg unglaublich viele Möglichkeiten natürlich auch der Verarbeitung einräumt. Die letzten vier Töne sind so geordnet, dass man daraus eine kleine, eine halbe Ganz-Tonleiter bilden kann. Auch das tut Alban Berg sehr konsequent. Er setzt diese vier Töne, vier Ganz-Töne hintereinander ein. Und auch dabei handelt es sich um ein weit in die Vergangenheit einerseits, aber auch in die Zukunft reichendes musikalisches Mittel, mit dem er umgehen kann. Denn es ist ein Originalzitat von Johann Sebastian Bach. Es sind die ersten vier Töne eines Chorals, und zwar des Sterbechorals »Ich habe genug«. Alban Berg wird dann im vierten Satz, oder im vierten Teil, innerhalb des zweiten Satzes, des Violinkonzertes, diesen Choral sogar im Original, in Bachs Originaler, vier-sätziger Ausharmonisierung verwenden. Und zwar genau aus der Kantate »O Ewigkeit du Donnerwort«, der 60. Kantate von Johann Sebastian Bach. Wir haben also dieses Zitat eingebettet in die Musik, in die Zwölftonmusik von Alban Berg, noch einmal kommentiert durch Fragmente dieser Ganz-Tonleiter, einer der berührendsten Momente dieses Violinkonzertes und vielleicht der zeitgenössischen Musik überhaupt. Wie in diesem Kontext diese Musik eine Insel der Seligkeit bilden kann, wenn man so will. Dem geht voraus eine quasi Lebensschilderung dieser jungen Frau, dieser Manon Gropius. Es beginnt mit Jugendtagen, es geht über die Art und Weise, wie sie in die Gesellschaft integriert wurde, auch durch ihre Mutter. Und es geht über dieses Beginnen dieser Krankheitsbilder, die immer stärkere Erstarrung auch ihrer Bewegungseinschränkungen, die sie hinnehmen musste, sie saß dann über einige Monate noch im Rollstuhl, die Kinderlähmung schritt immer weiter voran. Und Berg hat einen sogenannten Lähmungsakkord an einer ganz bestimmten Stelle platziert, um ihr Schicksal wirklich auch musikalisch auszudrücken. Und hat ihren Tod, wenn man so will, in eine musikalische Form gegossen, die schlicht beklemmend ist. Doch es ist nicht das letzte Wort dieses Werkes, sondern es gibt einen Gang zum Licht, wenn man so will. Und erst dann, wenn dieser Tod eingetreten ist, kommt auch Raum für diese erwähnte Bachmusik und überhaupt auf diesen Gang in eine neue Welt, in eine Sphäre, die mit dem irdischen Leben nichts mehr zu tun hat. Es gibt dann auch eine ganz konkrete Anweisung an den Solisten, sich den ersten Geigen zuzuwenden und gemeinsam mit ihnen, nicht nur unisono spielend, also die gleiche Musik spielend, sondern quasi im Verbund mit ihnen, an der Spitze natürlich als Solist, diesen Weg in eine Transzendenz, in eine Sphäre jenseits des irdischen Lebens anzutreten. Und dieser versöhnliche Schluss mit einem übrigens 18-stimmigen Schlussakkord, Alban Berg war Vater geworden, sehr schmerzlich mit 18, und Manon war im Alter von 18 Jahren verstorben. Mit diesem 18-tönigen Schlussakkord endet das Wheeling-Konzert. Mit diesem 18-tönigen Schlusskort. diesen Verschleunfus und mit dem 19-tönigen Schlusskort Untertitelung des Erd mentally das Erdenschmerungs-Gerden mit dem 20-tönigen Schlusskort mit dem 20.tönigen Abschleunen